KÖSTER KÖSTER Die ist nicht gesprungen, die ist gesprungen worden. Aha. KÖSTER Buchen Sie mir bitte für heute einen Flug nach London auf den Abend Berner Gräbe. Gustav Richard Himme, Victor Himme. Und geben Sie mir die Buchungsnummer durch, ja? 47 13 68. Danke. KÖSTER 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 Hallo, Ihre Buchung geht in Ordnung. Hallo, Herr Greve. Hallo, Herr Greve. Vor drei Stunden etwa, aber ich kann das auch nur ungefähr schätzen. Frau Schestock? Ja? Wissen Sie, ob da ein Bild hinkt? Ja, ich glaube, da hink ein Bild von uns. Was für ein Bild? Von... vor 20 Jahren, in Leipzig. Wir alle vier. Wenn es nicht gut, darf ich mal bitte rausgehen? Frau Schestock, was wollten Sie hier, als Sie vom Flugplatz hier hervor? Ich... Ich wollte mit Werner über Geld sprechen. Er... schuldete mir Geld. Bitte darf ich jetzt... Ja. 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 Ja.